Einfahrt und Ansage einer Einfahrt der Linie 9 Einfahrt 4.054 Einfahrt mit 4.790 Einfahrt 4.090 Einfahrt mit 4.055 Ausfahrt einer Linie 9 Der war als Fahrstuhl unterwegs Ist zwar nicht so ein optimales Video, aber geht schon Das wird? Ja Der war als Fahrstuhl bei uns im Unheim unterwegs Schön Dann rüber Über Neumarkt, Rudolfplatz, Brandsfeld, Rhein-Energie-Stadion, Junkersdorf Wollen wir nach vorne? Wir beide Das ist ja einer von den 4.500ern Welcher? Abfahrt eines B-Wagens Und Abfahrt eines U303 Von Colonia Und Abfahrt eines B-Wagenssdorf Vielen Dank.